Die Produkthaftung ist in der Entwicklung sehr intensiv momentan. Wir bekommen nach über 40 Jahren eine neue europäische Produkthaftungsrichtlinie, also ein neues europäisches Rahmenwerk für die Produkthaftung. Wir bekommen eine zweite Richtlinie, die speziell die KI-Haftung, also die Haftung für künstliche Intelligenzsysteme betrifft. Also da tut sich sehr viel auf europäischer Ebene. Wir haben heute ja noch das aktuell geltende Produkthaftungsgesetz, das auf der Richtlinie von 1985 beruht. Und dieses Gesetz wird auch seine Geltung beanspruchen, auch in der Zukunft. Denn auch wenn wir ein neues Produkthaftungsgesetz haben werden, in vielleicht drei oder vier Jahren, das dann auf der neuen Produkthaftungsrichtlinie beruht, wird das alte Produkthaftungsgesetz von Relevanz bleiben für alle Produkte, die bis zum Inkrafttreten dieses neuen Gesetzes in Verkehr gebracht worden sind, also abverkauft worden sind. Wenn mit diesen Produkten etwas passiert, wenn Personen verletzt werden oder wenn es zu größeren Sachschäden im privaten Umfeld kommt, dann ist es so, dass dieses alte, dann alte Gesetz immer noch gilt für mindestens zehn Jahre und wir parallel dazu ein neues Gesetz haben, das dann die Schadensfälle erfasst für alle Produkte, die ab dann in den Verkehr gebracht werden. Und die neue Entwicklung greifen wir in der Kommentierung auf, indem wir heute schon einen Ausblick auf die neuen Regelungen geben. Es gibt ja schon einen Richtlinienentwurf für diese neue Produkthaftungsrichtlinie. Wir wissen noch nicht, wie sie nach dem Stand dann letztlich veröffentlicht werden wird, nach dem Stand der Lesungen auf europäischer Ebene. Aber das, was wir heute schon wissen, das, was wir heute sehen, haben wir im Kommentar als Ausblick schon mit einfließen lassen. Uns als Autorenteam war es wichtig, die Internationalität des Themas zu betonen. Produkthaftung ist ein Thema, das international rechtliche Bezüge nahezu immer hat. Einfach deswegen, weil die Produkte meistens dort oder in der Regel dort gefährlich werden, wo sie nicht hergestellt wurden. Oder jedenfalls auch dort gefährlich werden, wo sie nicht hergestellt wurden. Das heißt, sie haben oft international rechtliche Bezüge und wir versuchen gerade diese Internationalität und die typischen rechtlichen Problemkonstellationen, die sich in solchen Fällen stellen, in dem Kommentar aufzugreifen und entsprechende Lösungen auch anzubieten. Die Zielgruppe sind zunächst mal die Rechtsabteilungen der großen Unternehmen, der produzierenden Industrie. Das ergibt sich von selbst, weil die produzierende Industrie Hersteller von Produkten ist. Es sind aber auch die großen Handelsunternehmen betroffen, weil Produkte ja sehr häufig heute auch unter Handelsmarken vertrieben werden. Und die europäisch harmonisierte Produkthaftung sieht vor, dass derjenige, der ein Produkt unter seinem Namen oder seiner Handelsmarke vertreibt, ein Hersteller dieses Produkts ist und wie ein Hersteller auch behandelt wird rechtlich. Und deswegen sind also auch die großen Handelshäuser betroffen. Darüber hinaus natürlich die Versicherer, weil das Produkthaftungsrisiko ein klassisches Industrierisiko ist, das heutzutage versicherbar ist. Und daneben aber auch eine Vielzahl von Anwältinnen und Anwälten, die auf Verbraucherseite stehen und in Produkthaftungskonstellationen betroffene Verbraucher unterstützen, ihre Ansprüche geltend zu machen. Die Produkthaftung ist ein Leidenschaftsthema von mir, eigentlich vom ersten Tag meines Berufslebens an. Ich habe Feuer gefangen während meiner Wahlstation. Da war ich in der Rechtsabteilung eines großen Automobilherstellers und dort mit dem Thema Produkthaftung erstmals in der Praxis sozusagen befasst. Und was mich an dem Thema fasziniert, ist, dass es immer um handhabbare Themen geht. Wir haben als Wirtschaftskanzleien, als Wirtschaftsanwälte natürlich viel auch mit Finanzprodukten zu tun, mit Unternehmenstransaktionen und dergleichen. Produkthaftung ist aber ein Thema, bei dem es immer um konkrete fehlerhafte Produkte und Schadensfälle, häufig auch um Personenschäden geht, die durch solche Produkte verursacht werden. Es spielt meistens ein technischer Sachverhalt, die herausragende Rolle. Und sie haben es natürlich auch auf der anwaltlichen Seite nicht nur mit Juristen, sondern ganz viel auch mit Physikern, mit Ingenieuren, mit Technikern zu tun. Und dieser Austausch, dieses Ringen sozusagen um eine möglichst gute Lösung im Mandat mit unterschiedlichen Disziplinen ist etwas wirklich sehr Schönes. Ich finde es ganz interessant, dass das Produkthaftungsgesetz am Anfang meiner Ausbildung in den Zivilrechtsübungen als sehr modernes Gesetz verkauft wurde. Ein Gesetz, das auf einer europäischen Richtlinie beruht, eine europäisch harmonisierte, verschuldensunabhängige Haftung. Und ich weiß auch noch, dass ich am Anfang meiner anwaltlichen Tätigkeit die Differenzierung zwischen der deliktischen nationalen Haftung und der europäisch harmonisierten Produkthaftung immer in den Kontext gestellt habe, dass das Produkthaftungsgesetz ist neu und modern. Und heute, nach beinahe 20 Berufsjahren, muss ich konstatieren, nachdem ich mich auch sehr intensiv jetzt mit dem Gesetz nochmal befasst habe im Zusammenhang mit der Kommentierung, dass das Gesetz inzwischen natürlich gealtert ist und dass es nicht mehr in jeder Beziehung mit der heutigen Industriewirklichkeit standhalten kann. Und die Rechtsprechung und die Literatur haben dieses Gesetz natürlich sehr stark weiterentwickelt, sehr stark auf die heutige Realität hin zugeschnitten. Aber es ist jetzt doch an der Zeit, dass der europäische Gesetzgeber die europäisch harmonisierte Produkthaftung reformiert. Und das werden wir in den nächsten Jahren erleben. Mein Name ist Arun Kapur und ich bin Herausgeber des Kommentars zum Produkthaftungsgesetz.